Ich bin sehr wichtig, dass ich in den Helfer so gut bin. Und dass er in den Helfer so gut ist. Ich weiß nicht, warum das so gut ist. Aber Sie müssen doch das schon weiter machen. Ja, ich habe alle zu kriegen. Ich bin sehr wichtig. Ich bin sehr wichtig. Sind Sie alleine gekommen? Ich habe jetzt zwei Helfer gebraucht. Und das ist nicht mehr. Hier herkommt. Notfallfühl. Ich spreche nicht. Jetzt können Sie hier alles weg... Wie geht es immer? So! Sie sind hier gut dafür. My Elementsum. Wir müssen sehr kurz vorgehen, damit die Jungen nicht schalzen. Ich muss probieren, noch alles nachher. Sehr schön. Okay. Okay, dann kommt mal! Setz! Er zieht ihn rüber, jawoll! Doch! Wie können Sie jetzt sagen, so etwas zu viel zu behaupten? Sie haben die Wahl! Wir machen gleich erst mal eine Bronze. Ist das kein Weg? Nein! Hör mal, kann ich jetzt einfach nicht? Danke! Das ist ein sauberer Mann. Von der Elf ist die Freundin meines Vaters. Was? Was hat dieser Name schon wieder mit der Sache zu tun? Nichts, aber es hat jeder Name. Ich habe keinen Bruder. Sie wissen, dass ich der einzige Sohn meines Vaters bin. Ich weiß aber auch nicht, der einzige Sohn wie ein Mut anzeigen. Na einfach nach, gehen Sie! Ich weiß aber auch nicht. Hier haben wir einen Traum hier. Hier kommt ein so ein Tier. Man braucht nur eine Frau. Sie lebt uns nicht? Langweilig! Super Dank! Die Erfolge macht nur ein Tag! Sie sind nicht. Sie sind nicht. Und die Erfolge haben. Sie sind nicht. Und die Erfolge sind nicht. Wie alle sagten. So rechnen Sie sich. Sie können eigentlich sein. Sie sind doch auch Mara-Stimmen. Das habe ich nie gehört. Gestern war es nicht zu öffnen lassen, weil sie eine Ähnlichkeit haben. Das ist mir nicht wahr, ob die beiden überhaupt kein Kind hatten. Die haben ja nicht zu gut sind, aber in den letzten Tagen habe ich sie gefahren. Das ist Olivers Müll. Mehdi, holst ihr Olivers. Muss das das sein? Ja, das muss er. Noch was mir gesagt. Wir werden Olivers. Wir werden Olivers. Wir werden Olivers. Wir werden Olivers. Sie werden Olivers nie wieder? Ich weiß. Sie ist die Kamera zu viel. Oliver, komm zu mir. Ich gucke. Dann bist du eigentlich dabei. Steht da. Ich gucke. Weißt du, wie das Ding geht? Ich gucke noch. Ich gucke noch. Dieser Junge ist ja Halbstrüger. Ja, wer ist dieser Bastard? Dieser Ausdruck. Der verschwommen. Der verschwommen.